Ja, jetzt sind wir die zweite Straße in Braunschweig, diesmal bei der Rathibor-Straße. Irgendeiner scheint das Schild schon ein bisschen demoliert zu haben, es ist etwas windschief. Eine Siedlung mit dem interessanten Phänomen, eine verbotene Einfahrt, nein, eine verbotene Durchfahrt, Anlieger frei und trotzdem ist es nur eine Sackkasse. Einerseits Einfamilienhäuser auf der linken Seite, mit viel Parkplatz wieder hier, und andererseits ein riesen Wohnblock. Ja, das war dann also, wie gesagt, unsere zweite Station in Braunschweig und wir fahren jetzt nach Hamburg, hoffen da noch ein bisschen Sonne zu haben, wenn wir ankommen und in Braunschweig, nachdem wir es verlassen haben, und in Hamburg wollen wir dann drei Straßen, nämlich die Leverkusen Straße, den Leverkusen Stieg und noch eine weitere Straße nach unseren Paterstädten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.